Moin Leute, ja, bin richtig motiviert, eben schon eine Runde gespielt, äh, ich krieg echt einen Raster, man. Ich weiß nicht, ich hab gerade überhaupt keinen Spaß mehr in dem Game. Ich bin irgendwie total schlecht geworden, was einer der Gründe ist. Und ich merke einfach, dass ich jetzt irgendwie nicht in Kriege besser zu werden gerade, und das frustriert mich ultra hart. Ich weiß nicht, was ich anders mache, aber irgendwas mache ich komplett falsch. Vielleicht ist meine Reaktion irgendwie im Arsch, oder... Keine Ahnung, Alter, aber... Ich sacke gerade ultra hart. Guck mal, ich hab alleine eben schon diesen scheiß Sprung verkackt, Mann. Ich meine, ich bin ja eben nicht aus Jux und Dollerei lang gesprungen, ich bin da lang gesprungen, weil ich da hochlettern wollte. Und hab einfach das Timing verkackt. Und so geht's mir gerade die ganze Zeit in diesem Scheißspiel, Alter, das ist so ätzend. Oh, ich hasse es. Konzentration ist irgendwie weg. Irgendwie, weißt du, ist auch richtig schlecht. Wo ihr... Ich hab noch keinen Gegner gesehen, Mann! Wo sind die denn? Was ist denn hier los? Geht an welche... Was denn, Mann! Wollt ihr die nicht mal töten, oder so? Wäre mal eine ganz gute Idee, oder? Finde ich auch. Na gut. Äh, okay. Ey, guck mal, was ist das denn jetzt für eine Scheiße, Mann! Wollt ihr? Alter, hier steht... Buh! Teammates rum, die einfach einen Scheißdreck machen, Mann! Was ist denn los mit euch? Das ist die Scheißgang, einfach nicht reloaded, Alter, ich krieg's kotzen. Spawnwechsel, oder was? Meine Teammates spielen aber auch eine Scheiß zusammen, Alter! Mal wieder biennete Stücke... Kackhaufen, die einen Scheiß hinkriegen! Und was soll denn das jetzt, Mann? Der ist doch voll in meine Kugeln reingelaufen! Bullcrap, Alter! Bullfucking crap! Ernsthaft jetzt, Alter! Ich hab' ihn einfach nicht getötet, Mann! Ich krieg' das kotzen, Mann! Das blank kotzen! Was ist denn hier los? Sind auf einmal wieder die ganzen Tryhards rausgekommen, oder was aus ihren Höhlen? Ja, ich merk's, Alter, ich merk's. Ich treff' halt auch echt nen Scheißdreck! Ich mein', guckt's euch an! Das ist ja so eklig, wie ich nichts treffe! Ich brauch' unbedingt ne neue Tastatur, äh, meine ist im Arsch! Ich würd' halt gern die gleiche wiederhaben, aber ich hab' mir überlegt, ob ich mir eine hole, die leise ist. Weil ich hab' schon mehrmals, äh, von euch gehört, dass es euch auf den Keks geht, wie man ne Tastatur knackt, und dass man ja das Klicken die ganze Zeit hört. Ja, ich weiß, das Klicken ist ziemlich laut. Und das Fakt bestimmt auch ab, und dieser Scheiß-Knife-Runner geht mir ultra auf den Keks! Was ist das denn? Wo ist der Spaß hier denn jetzt hin? Och, was ein Arsch! Jetzt haben die noch ne Scheiß-Konter-Drohne, Alter! Was soll das denn, Mann? Wo sind die denn überhaupt schon wieder alle? Alter, was ist hier los? Was ist hier, dicker, was ist hier los, dicker, das geht doch nicht. Na gut, gehen wir mal ganz dumm durch die Mitte, dabei werden wir eh draufgehen, das weiß ich. Aber okay. Schamber doch nicht. Ich treffe ihn nicht. Schon schäbig. Wie scheiße ich grad spiele, oder? Ich treffe grad echt nicht, woran es liegt, Alter. Nein! Was verstehst du an? Nein, nicht. So. Hier ist bestimmt dieser Scheiß-Knife-Runner. Nein, das ist der Scharfschütze. Ernsthaft, Alter? Er hätte es einfach fast noch geschafft. Er hätte es fast noch geschafft, Mann. Ich dachte, ich muss ein Taktikanstieg, oder? Nee, oder nicht. Okay, ein Glück für uns. Ein Glück für uns. Okay, da drüben sind Gegner. Haben wir der Secondary? Nein, haben wir nicht. Ich dachte schon eben nur, wenn. Gegner hinter meinem Team mit. Oh, mein Aim, Alter ist so grausam schlecht. Ich weiß auch nicht, wo ich hin schieße, aber nicht auf die Gegner. Eindeutig nicht auf die Gegner. Naja, ich habe wenigstens noch eine positive KD rausgehauen. Schon nicht viele Kilder, aber wenigstens positiv. Und ja, Leute, deswegen. Komm momentan so wenig Gameplays. Mal gucken, ob ich irgendwie Lust auf ein anderes Spiel habe, aber weder Counter-Strike noch Overwatch oder irgendwas anderes macht mir gerade viel Spaß. Ich spiele gerade die ganze Zeit nur Fallout 4. Ähm, ja. Deswegen. Ich wollte das kleine Video nur für euch machen. Ich hoffe, es war nicht so schlimm. Sehen wir uns irgendwann demnächst wieder, Leute. Oder rein?